Guten Tag, wir sind hier bei der Firma Allweyer System GmbH. Wir sind Anbieter von Planetengetriebe, im Speziellen hier unsere Radnahmengetriebe, die wir zur Präzision, zur hoche effizienten Getriebe herausgearbeitet haben. Getriebe, die im Einsatz kommen, wo hohe Kräfte angefordert wurden im Bereich Kommunaltechnik, Landwirtschaft, Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge und vielen, vielen anderen Anwendungen. Ja, wir haben sehr viele Erfolge dabei und wir dürfen uns freuen, auch Sie mit unserer Qualität und Realität und unserer Technologie zu überzeugen in Zukunft. Die Firma Allweyer ist entstand aus der Firma Allweyer Präzisionstechnik, die Mutterfirma, die seit 1970 besteht, über 50 Jahre heute her ist. Allweyer System GmbH besteht seit 20 Jahren, 2002 gegründet vom Senior Chef, der damit ein eigenes Produkt haben wollte und angefangen hat mit Planetengetriebe für die Industrie und speziell auch Rätmaschinengetriebe. Und daraus sind 2006 diese Radnahmengetriebe entstanden, die heute zur Reife gebracht wurden und da auch viele Kunden schon überzeugen, die Qualität, Effizienz, die Rückungskraft von diesem Getriebe liegt bei über 90%. Wir haben also sehr viel Energie, wo wir einsparen und sind voll auch im Trend der Zukunft, dass wir effiziente und hochmoderne Antriebe für unsere Fahrzeuge bieten können. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, auch wir freuen uns, legen Sie uns Ihre Thematik, Ihre Handlungsfälle vor. Wir machen Ihnen einen Vorschlag. Ja, wir hören von Ihnen gerne. Dankeschön. Wiedersehen.